Wie ihr kennt mich alle mal. Eigentlich ein völlig untypischer Ingleson. Ich habe zu der Zeit ein ganzer Haufen von den jungen Punkbands angehört und dachte, die haben geiles Sound, die mag coole Musik und ich wollte sowas auch machen. Und textlich, ich glaube, das war der Ärger über eine Steuernachzahlung. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Eigentlich ist es unser Stil. Also dieses ihr könnt mich alle malen, ich hau jetzt ab, wohin ist scheißegal. Also dieses ich habe die Schnauze voll, ich will nicht mehr. Es gibt ja noch einen anderen Song, den wir da über dieses lebensbejahende Thema Suizid hinausheben. Wobei ich dann hauptsächlich darüber hinaushebe über das Thema Suizid. Aber das ist eine andere Geschichte. Normalerweise sind wir eine sehr positive Band oder wir sind eigentlich eine sehr positive Band. Vielleicht spiegelt sich das in dem Song, ja unterschwellig ja auch nur irgendwie wieder. Dieses, ihr kennt mich alle malen, wohin ist scheißegal, ich habe es im Griff auch ohne euch. Ich interprete den eher so. Gut möglich. Wir haben den auch tatsächlich nie live gespielt. Wir haben den nie live gespielt. Wahrscheinlich deshalb.